Heute entlassen wir sie in das Erwachsene-Leben. Arme! Arme! Das ist die letzte Nacht unserer Jugend, Leute. Das ist die Nacht, in der wir sterben müssen. Vom Ungeheuer verschlungen und dann wiedergebogen. Gibt's du deinen Eltern manchmal die Schuld? Woran? An allem. Warum du so bist, wie du bist. Ah! Wartet ab. Mit 50 werdet ihr alle noch Sneaker an den Füßen tragen, weil ihr's nicht geschissen bekommt, eure Jugend loszulassen.